Mein Geheimköder des Tages ist eigentlich gar nicht so geheim, auch wenn er ganz unten in der Vitrine liegt. Der 4D Purge von Savage Gear ist eine realistische Barschkopie aus Gummi. Shadow Rig montiert, kleine Bleikugel vorne und noch zwei Bleisticks unten in den Bauch sorgen dafür, dass er schön realistisch, flankend und gerade stehend läuft. Perfekt in klaren Baggerseen, Hechte lieben die Dinger, vor allem in der Größe.